Der Markt hatte eine faire Chance. Er hätte sich an der Entscheidungsmarke, wir sehen das da oben beim Nasdaq, ich habe das nochmal hier eingezeichnet, damit ihr das nochmal vor Augen habt. Wir haben letzte Woche ganz häufig darüber gesprochen. Wir haben hier eine Chance gehabt, dass der Kurs dreht. Es gab genügend Linien im Chart. Das heißt nicht, dass diese Linien im Chart automatisch den Markt drehen. Das heißt aber, dass viele Marktteilnehmer, nämlich die, die auf Unterstützung und Widerstände gucken, die, die vielleicht die Fibonacci Marken im Blick haben, dass die im Bereich dieses Gebietes hier, das wir blau ja markiert hatten, tatsächlich auf der Pisch sind, um zu drehen oder eben nicht. So, jetzt hatten wir heute ein Bornbar, diesen blauen komischen Balken dort. Ich hatte dazu ein Trade ja vorhin vorgeschlagen. Ihr habt es euch vielleicht angeguckt. Die Marken seht ihr hier noch an der Seite. Wir haben offensichtlich nicht die Chance genutzt oder sehen nicht, dass die Marktteilnehmer sie nutzen wollte, nach oben, sondern tatsächlich jetzt nach unten. Und das ist zumindest mal, tja, ist das ein gutes Zeichen, ein schlechtes Zeichen? Insgesamt finde ich es nicht so schlecht, wenn der Markt mal ein bisschen konsolidiert. Für einen Nasdaq, muss ich sagen, weiß ich nicht so richtig, hätte ich mir auch guten Dreh vorstellen können nach oben. Dann allerdings hätte er natürlich oben ausbrechen müssen. Das hat er offensichtlich nicht gewollt. Aktuell sehen wir noch mal hier das Verhaltensmuster, das Klassische. Guckt mal hier so schön ein Fünfweller. Hier richtig schön so eine ABC-Variante oder vielleicht noch mal, dass wir so in diesen mittleren Raum hier reinkommen. Ihr erinnert euch, ich zeichne doch häufig da diese blauen Kisten immer, wo der Kurs reinlaufen soll. Und dann müsste er eigentlich nur noch da über hinausgehen. Und auch diese Chance wurde verpasst. Also es ist ganz egal, ob ihr so einen Handelsansatz dann fahrt oder so einen. Ihr könnt euch noch einen anderen ausdenken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten hier, zu seinen Trading-Ideen eben zu kommen. Nichts davon hat in irgendeiner Form die Longseite getriggert. Im Gegenteil, es ist offensichtlich die Fortsetzung der Abwärtsbewegung letztlich gewesen. Und dementsprechend müssen wir wohl vorläufig noch mit mehr rechnen. Ein bisschen Chancen gibt es zumindest für einen gewissen Einhalt. Hier jetzt in dem Bereich ungefähr, wo haben wir es da, bei 11.900, ganz grob jetzt hier, da sind wir nicht mehr so arg weit von entfernt, dass da zumindest mal ein Einhalt wieder ist. Dass man dann überlegen kann, was macht der denn dann? Wie gehen wir mit so einer Situation um? Also in der Geschichte sind wir ja short, aber natürlich, wenn der Markt jetzt hier im Kleinen, vielleicht für ungefähr der 11.900er, wie kam ich auf die Marken? Naja, da ist so ein bisschen das nächste Fibo-Krempel-Zeug. Es ist aber nicht so eindeutig wie da. Hier haben wir viel mehr Marken. Ich mache es nochmal einmal groß beim Nasdaq hier. Da hatten wir eine rote Linie, das sind die Retracement-Marken, eine gelbe Linie, das sind die Projektionen, also diese Länge da nochmal. Da hatten wir eine blaue Linie, das ist die Extension dieser Geschichte. Da hatten wir diese Zwischenhochs, dann haben wir den Trendkanal gehabt. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass diese Linien einzeln hier den Markt drehen, sondern es soll nur aussagen, viele Marktteilnehmer gucken in diesem Bereich drauf, argwöhnisch, ob der Markt die eine oder die andere Richtung eben bevorzugt. Und, was soll ich sagen, die Richtung ist vorläufig wohl festgelegt, alles andere ist da relativ harmlos. Nicht verwechseln, da sind unsere Ziellinien noch drin, deshalb sieht das so aus, als ob da ganz viele Linien sind. Das liegt aber daran, dass das die entsprechenden Handelsmarken sind, die ich euch ja vorhin entweder im Trade des Tages oder im Born for Trading schon geschickt habe. Also, wenn ihr das schon gesehen habt, ist gut. Ansonsten einfach jetzt zum Nachdenken oder zum Nacharbeiten, wenn man so will, wie die Situation aussieht. Kann der Markt dann jetzt überhaupt nicht mehr nach oben gehen? Doch, natürlich, wenn er jetzt irgendwann mal einen Boden findet und dann eine steile Aufwärtsbewegung macht, zum Beispiel sowas hier in der Richtung, und dann anschließend wackelig runterkommt, wie ich es immer wieder ja auch gezeigt habe. Oder wenn es nicht so komisch wackelig, da hätten viele Leute Probleme mit dem Begriff, aber sowas in der Richtung machen, dann hätten wir die Möglichkeit, wenn das so halbwegs in der Mitte angekommen ist, also in dieser Kiste, in der blauen Box, die ich ganz häufig ja einzeichne, dass das dann einen entsprechenden Long Trade gibt. Das ist möglich. Das würden wir dann hier ja sehen und würde dann entsprechend vielleicht für heute Nachmittag oder Abend nochmal die Chance, die eine oder andere Long Situation da mitzunehmen. Aber dafür bräuchten wir mindestens mal das, außerdem den korrektiven Gegenmarsch und dann noch den Bruch nach oben. Ihr habt es hier gesehen, das alleine reicht noch nicht aus. Er muss auch irgendwie die Oberseiten da durchstoßen. Naja, da erzähle ich euch nichts Neues. Ich erzähle es euch jeden Tag ja fast das Gleiche. Aber so sieht es nun mal typischerweise aus. Kann man nochmal short einsteigen? Also diese Idee, die läuft ja jetzt aktuell schon. Eine andere wäre, wenn ihr jetzt korrektiv nach oben kommt, irgendwie dreiwellig nach oben kommt im Laufe des Nachmittags, also irgendwie sowas oder von mir aus mehrmals hin und her mit Kursüberschneidung, so dass der niedriger ist als der hier, dann hätte man immer so das letzte Zwischentief als nochmal eine Fortsetzung. Ist nicht mein Lieblings-Trade mit Fortsetzungen, aber wer sagt, ich brauche aber irgendwie noch was, um reinzukommen, dann wären das nochmal Ideen, dass wir zumindest mal richtungsmäßig wissen, nee, aufwärts ist noch nicht stark, guckt nochmal nach unten. Naja, klingt alles nicht so vorteilhaft, aber was soll ich sagen, der Markt entscheidet das ja, ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Eine Alternative, wer noch eine Alternative gesucht hatte, hatte das Gleiche hier beim S&P, das hatte ich ja vorhin ebenfalls nochmal geschickt, zumindest mal für die im Born for Trading, dann nochmal eine Chance im 4-Stunden-Chart. Also es gab an der Stelle mehrere Möglichkeiten, da Positionen gegebenenfalls zu eröffnen, entsprechend der Ausbruchsrichtung. Also das ist alles sozusagen der Klassiker. Ansonsten gilt hier für den S&P quasi das Gleiche. Also das ist jetzt kein Unterschied, ob ich das jetzt hier, also jetzt in dieser Richtung hier im Blick habe, dieses hier, das ist quasi auch wieder das Gleiche, oder ob ich dieses Verhaltensmuster hier angucke. Auch das ist im Wesentlichen Schub hoch, A, B, C, ungetriggert, nicht nach oben. Das Gleiche mehr oder weniger. Und der Dow Jones, der tickt auch immer ein bisschen anders. Ja, also dieses Teilstück war sogar relativ ähnlich, da waren sich alle eigentlich mehr oder weniger einig, oh, er hätte eine Chance geben können, die Marktteilnehmer wollten es nicht nutzen. Gut, wenn sie es nicht wollen, müssen sie ja nicht. Und damit sind wir jetzt dann schönerweise. Ich sage das jetzt mal so, und das meine ich, häufig höre ich so aus den Untertönen, oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, von Feedbacks, ja, du wünschst dir, dass das runtergeht und was weiß ich was. Theoretisch ist es mir egal, aber ich mag am liebsten, wenn es halt klassische, typische Chartbilder sind. Warum? Erstens, weil ich den Eindruck habe, dann kenne ich mich wieder ein bisschen besser aus. Und das Zweite ist, weil alle anderen, die sich an diesen Pattern orientieren, sagen, hey, jetzt sind wir da unten, jetzt hätten wir hier ja eine echte Chance, wieder auf Long rüber zu gehen. Also, das ist nicht bös gemeint, nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach nur, je mehr es den klassischen Bildern entspricht. Und dabei ist es fast egal, ob es jetzt ein Elliot-Muster ist, was ich bevorzuge, oder ob jemand sagt, nee, nee, für mich ist das eine Bullenflagge. Ein anderer sagt, das ist ein Rosshaken. Der Nächste sagt, da sehe ich irgendwie was mit Schulterkopf, Schulter. Das ist eigentlich völlig wurscht. Wichtig ist, dass viele Marktteilnehmer etwas Ähnliches sehen, eine ähnliche Erwartungshaltung haben und entsprechend handeln. Denn traden ist nicht eine Kunst, alleine irgendwas zu wissen oder zu können, sondern immer rechtzeitig mit der Horde mitzulaufen und notfalls die Horde auch rechtzeitig zu verlassen, wenn man merkt, uh, die Stimmung kippt, jetzt kloppen sie sich gleich. Naja, gut. Also, in diesem Sinne, wir sind auf dem Weg nach unten und die nächste Zielmarke eigentlich beim Dow Jones wäre für mich die 32.000. In etwa, auch die ist jetzt nicht in Gips gemeißelt, wollte ich gerade sagen, in Stein gemeißelt. Aber zumindest haben wir hier mal eine ganze Reihe aus der gelben Symmetrie beispielsweise, die rote Retracement-Marke. Wir haben noch mal eine blaue Extension-Marke beispielsweise. Es sind zumindest mal einige Anzeichen, die dafür sprechen, naja, in der Größenordnung könnte es ja ohne weiteres mal sein. Und wir wären auch in unserer klassischen blauen Kiste, die so ungefähr 38, 20 bis 61, 8 ist. Also, große Kiste, kleine Kiste, in der Mitte ist eigentlich so, da verdichtet sich es im Moment und würde auch mit dem Trendkanal ja ganz gut passen. Also, vorläufig wohl eher die angedeutete Abwärtsseite, die sich denn entsprechend noch mal fortsetzt. So, der DAX, ja, der ist relativ auffällig im Moment unterwegs. Hier muss ich sagen, das war noch positiv. Das war kein schlechtes Zeichen, was wir hier haben. Aber geht das? Du hast doch so positiv gesprochen. Ja, der muss doch hochgehen. Ja, müssen ist immer so eine Sache an der Börse. Ja, muss erst mal gar nichts. Ein Einstieg wäre ja sowieso nur gewesen, wenn er wackelig runterkommt und uns dann hier triggert. Also, insofern, ihr müsst da keine Sorge haben. Oh Gott, oh Gott, da hätte ich mich jetzt völlig falsch entschieden. Irgendwo hier oben einzusteigen, ist nie gut. Ihr erinnert euch, immer auf Zwischenhochseinsteigen. Also, irgendwie sowas oder von mir aus sowas und dann an der Stelle den Long-Einstieg. Ich habe also mit meiner Idee grundsätzlich falsch gelegen, weil ich gedacht habe, naja, wenn er schon so hoch ist, dann geht er auch da hoch. Aber reingekommen wäre ich da ja eh nicht. Und wer es aus welchen Gründen auch immer hier irgendwo einen Einstieg geschafft hat, hatte ja genügend Gelegenheiten, hier, egal ob jetzt so eng oder vielleicht eine Stufe weiter oder enger, dann gegebenenfalls mit dem Nachziehstopp dann wieder rauszugehen. Also, da war jetzt keine große Gefahr. Jetzt im Nachhinein, und das sage ich jetzt eher für die Profis, die Laien fühlen sich jetzt, ich sage jetzt mal das unschöne Wort verarscht, ja, im Nachhinein kann ich das auch, aber ich muss dieses Bild ja in irgendeiner Form wieder zuordnen. Für die Profis unter euch, na, das ist ein Fünfweller hier, der so weit so einfach. Und hier haben wir nach wie vor, das sieht korrektiv aus. Zum Beispiel A, B, C hoch, A, B, C runter. Das sieht allerdings wieder in irgendeiner Form impulsiv aus. Und die Profis unter euch wissen, das ist ein Flat. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, nicht einfach zu sagen, oh, es geht steil hoch, ich kaufe jetzt. Sondern, wie ich das eben bei den Amerikanern gesagt habe, lasst euch das zeigen, dass die Gegenseite schwach ist. Denn jetzt im Nachhinein sage ich, das ist ein Flat. Das kann dich an dieser Stelle nicht ausschließen, ob es ein Flat ist oder ob es einen Impuls nach oben gibt. Aber gehandelt wird nur, wenn es wackelig runter geht an diesen Zwischenhochs, weil das passt dann wiederum nicht zum Flat hier runter. Also für viele, die jetzt denken, na ja, im Nachhinein kann ich das auch immer. Man kann den Chart immer nur im Nachhinein. Also ich kann jetzt hier nicht im Vorhinein irgendwas erkennen. Da kann ich nur schön was reinzeichnen. Allerdings, ob das jetzt schön ist, dahingestellt. Allerdings kann ich eben erkennen, wenn ich eine Position jetzt hier, auch jetzt, ich würde jetzt hier nicht zwingend eine Short-Position aufmachen. Also gar nicht. Ja, wo denn dann? Naja, wenn der Mark das macht, hat er. Anschließend das macht, dann an der Stelle durchbricht, dann bin ich super gerne auch dabei, die Short-Seite in Erwägung zu ziehen. Starke Bewegungsrichtung, schwache Bewegungsrichtung, zwischentief triggern und diese Größe der Korrektur idealerweise so ungefähr die Hälfte dieser starken Bewegung hier oder eben als Box gezeichnet, so in dieser Art. Das, so sieht das aus. Das heißt, ich habe jetzt, nachdem der Markt hier eben nicht korrektiv runter ist, sondern jetzt steil, meine Meinung geändert und warte jetzt da drauf, dass er früher oder später korrektiv nach oben geht. Wenn er es nicht macht, hier war es nicht oder hat auch nichts getriggert, na gut, dann kann ich halt auch nichts machen, aber musste man ja auch nicht Short-Gain an der Stelle. Wenn er das allerdings dann zu einem späteren Zeitpunkt jetzt bringt, dann bin ich da auf der Short-Seite. Vor dem Wochenende wird das wahrscheinlich nichts mehr. Das heißt, der DAX, den gucken wir uns jetzt mal tapfer an, wie der sich entwickelt, wie das nach dem Wochenende aussieht. Aber die Erwartungshaltung ist, Korrektivmuster nach oben, nach unten zu triggern beziehungsweise das Triggern abzuwarten und dann zu shorten. Na gut, wir haben jetzt unsere Amerikaner im Moment am Laufen, also insofern müssen wir jetzt dem DAX nicht hinterherweinen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was damit anfangen könnt und ich euch damit nicht mehr verwirre, aber einige sagen immer, du wiederholst ja doch immer den gleichen Mist. Genauso ist es, damit es sich durchs Wiederholen einprägt. Wir kennen das aus den Medien, immer wieder das Gleiche erzählen, solange bis ihr es glaubt. Na gut, ich will es nicht in so böse Worte fassen gegen Ende der Woche jetzt nochmal. Nein, aber tatsächlich, man lernt durch Wiederholen und ich hoffe, dass viele, viele Beispiele, die wir hier ja miterleben und die ich hier einzeichne, euch genügend Material geben, dass ihr sagt, so langsame Kenny, was der Kautz da meint. In diesem Sinne wünscht der Kautz euch einen erfolgreichen Restfreitag, ein wunderbares Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.